Es kamen also früher Passagiere und waren an, aus dem Norden, und kamen sozusagen auch von ganz Ökotina runter. Und diese Fähranliegestelle existiert heute, also nur noch mit einer Mazura. Ist man dort gewesen? Ja. Ist man so viel zu sehen? Wo ist man das vorstellt? In der Liedmannstation des Altes Sogut. Das war ein großer Umschlagplatz. Unter anderem war der Umschlagplatz auch ganz wichtig für das Holz, das aus dem Sogut gebracht wird. Dieses Holzbaustoff war hier natürlich im Sogut, vor allen Dingen für den Palastbau. Und das wurde dann weiter in die Innenstadt, bis in die Innenstadt. Es ist ja nicht so weit von dort. Dann wurde dann noch geknöpst, gelöst. Dann kam auch oben auf den Berg mit Löw und dann aber mit dem Schiff weiter transportieren. Ja, ja. Ja, ähm, nun also hat sich, wie gesagt, ein bisschen alles verändert. Da stehen jetzt viele Hochhäuser. Und, äh, es gab aber dort auch lange Zeit, auch an diese, äh, an die Stelle angebunden, eine Eisenbahnstrecke, wo der fährt. Wenn man das heute auch transportiert hat, die sind natürlich auch letztes Mal alles schon so ein bisschen anders. Diese Eisenbahnstrecke sieht sich hier heute nicht mehr, sondern es ist ein Zimmerweg. In der ganzen Schiff. Ja, die, also, nee, sie sind nicht ganz tollweise. Ja, ja, ja. Ach so, aber man hat sie noch so, also im Andenken, an die alte Bahnstrecke, wo er es so durchgelegt hat. Es gibt dort viele Plätze und teilweise auch kleine Plätze, wo manchmal so ein bisschen Performance stattfindet.